So, ich habe mich keinen Zentimeter bewegt. Ich war nur kurz Pipi machen. Es geht weiter. So, merken wir uns, von hinten kommt der Angriff gleich. Rücklaufen. Oh shit, no! Oh Gott, oh Gott. Ich muss dann noch überlaufen. Hitze soll ja ganz gut sein gegen sowas. Okay, wenn einmal ein Aggiel ist hier, dann geht das. Oh, aber nicht. Wenn mein Schwert kaputt ist. Oh, da ist er. Da links die Nieder. Oh, Alter. Ich spanne meinen ganzen Körper gerade an. Das ist ja unfassbar. Also unfassbar geil. Also mega. Oh, das kann ich mir sowieso nicht machen. So. Wo ist sie? Siehst du, dasselbe Ebene? Okay. Einen Gang weiter. Wie komme ich denn hier jetzt? Wie komme ich denn hier jetzt? Durch die andere Seite. Ach so, warte mal. Vielleicht muss ich hier runter. Aber das sieht nicht so aus. Noch ein geiler Bogen. Der tausche ich aus. Kein Problem. Okay, nee, hier ist auch nichts weiter. Ach so. So. Ähm. Da müssen wir echt woanders hin und raus. Das ist ja... Blöd. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier an der Seite irgendwie ein bisschen runtergleichen können. Ich frage mich aber gerade, wo so der günstigste Punkt wäre. Drei. Ah. Okay. Ja, vielleicht tatsächlich ist hier außen irgendwo ein Eingang unten. Nope. Doch. Das ist so krank hier. Was ist denn das? Hm. Jo. Jo. Jo 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 Jo. ourcesst du uns kommen lassen. Nein. Okay. Oh, schön. Der ist jetzt weg. Wir haben es auf andere abgesehen, oder er zumindest da vorne. Zumindest nicht auf mich, was ich schon mal ganz gut finde. Okay. Loll. Link, ich warte. Ich warte auf dich. Baby, hier bin ich. Für dich. Ach du Scheiße. Ritter-Schild. Ne, das können wir getrost drin lassen. Ha! Damit gebe ich mir doch gar nichts ab. Lass was essen. Wir können allerdings auch mal gucken, ob wir noch weitere Sachen kochen können. Gibt es hier irgendwo einen Koch? Ne, habe ich nicht. Oh shit. Alles dabei, er ist aber kein Kauftopf. Nun ja. Okay, wo muss ich hin? EG. War ich hier nicht irgendwo? Teleportiere mich mal da zum EG-SIM. Dann gehe ich runter aus. In die Richtung. Sollte ja schon ein bisschen näher dran sein. Okay. 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 Wo sind wir auf der EG-Ebene? U2. Wir müssen also sowieso weiter nach oben. Ach, komm. Alter. Ich hoffe, ich lande nicht im Wasser. Nicht im Wasser. Nicht im Wasser. Müsste aber, glaube ich, nicht sein. Okay. Ich bin... Hä? Ich bin ganz oben. Oh Gott. Echt jetzt? Okay. Wo bist du? Da hinten. Vielleicht muss ich da noch hoch? Ich glaube ja, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich das sch... Na ja, gut. Doch. Könnte ich. Dann könnt ihr mich auf jeden Fall ausruhen. Ein bisschen. Aber ne, gut. Das schaffe ich auch so. Puh. Intens, intens, my dear. Puh. Intens, intens, my dear. Also, aber ich meine... Wir haben doch so viel vor uns eigentlich. Das kann doch jetzt doch nicht, dass... Nee. Kronsaal. Link. Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Na, bereit? Ich möchte dir nämlich eine Kleinigkeit zeigen. Wow. Gefällt es dir? Schloss Hyrule. In seiner alten Pracht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Wir beide haben hier so viel erlebt. Alter, wie creepy. Präge dir alles ganz genau ein. Das ist Ganon. Dein armes, kleines Ding. Es wird das Letzte sein, was du blieb schießt. Der kleine Schwertkämpfer, der meinem Jasma widerstehen konnte, der meine treuen Schaden niedergestreckt hat. Wie ist es möglich, dass du überlebt hast, was dich hätte töten müssen? Sag, hast du es jenem unzähligen Arm zu verdanken? Hm. Egal. Ein zweites Mal wird er dich ganz sicher nicht retten können. Sieh dir meine Marionette an. Mit ihr konnte ich dich lenken wie einen Narren, dich immer im Blick behalten. Doch diese Gaukelei hat nun ausgedient. Oh, Scherge geformt aus meinem Fleisch und Blut. Ende dieses Wurmes. Leben hier und jetzt. phantom Ganon. ruining phantom Ganon... Oh, okay. Okay, das Gute ist ja, ihr seid irgendwie alle beschäftigt, kann das sein? Oh nein, du nicht. Okay, jetzt findet ihr mich doch uncool. Okay, okay. Okay. M-M-M-Miasma schmiert. Ähm. Danke. Ach du Scheiße. Da sind... Alter. Ähm. Wie viel Schaden macht denn das? Mh. Mh. Holy shit. Okay, ich sollte was essen. Ich hab erwartet, dass die mehr Schaden machen. Ohne jetzt irgendwie... Warte mal, ich hab doch bestimmt noch irgendwie andere Sachen, die man so essen kann erstmal. Ach, ich hätte... Ach. Das ärgert mich. Glaub ich das nicht... Im wahrsten Sinne des Wortes verbraten habe. Aber gut, das reicht erstmal aus. Ich hab das nicht! Boah, ich hab das nicht mit. Oh, 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 oh... Ich hab das nicht mit. Oh, 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 oh. Das ist unfassbar. Shit, ich habe keinen Bogen. Ich sollte mir nicht alle... Ich sollte nicht alle Dinger verlängern. Auf Lanzen habe ich nämlich kein Schild mit, das ich tragen kann. Oh, fuck. Oh, shit. Ich dachte, ich muss auf jeden Fall laufen. Sonst kriegt er mich. Das heißt, Ausdauer muss immer noch ein bisschen was haben. Damit ich da... Oh, scheiße, alles noch mal. Link! Ja, Link, ich bin da. Kein Problem. Oh, no. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, scheiße, Mann. Oh, ätzend. Aber, na gut. Da war ich ja sowieso ganz bei der Sache, glaube ich. Phantom Ganon. Das kann nur so ein Zwischending sein. Das kann doch niemals das Ende sein. Das ist, äh... Dann müsste auch der richtige Ganon kommen. Aber, das Ding ist auch, dass die Energie, das ist viel mehr als, ähm... Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. ...als Gegner da sind halt, ne? Das ist der, der fixiert hier auf mich. Nein. Nein. Scheiße, Mann! Ey, das gibt's doch gar nicht. Fuck. Oh, Mann. Ich bin zu gierig. Ich möchte gerne austeilen und gerne schnell gewinnen. Ich brauche Geduld dabei. Ich brauche Geduld. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir kriegen das schon hin. Link, ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Das glaube ich nicht. Also, du nicht. Jede andere ja. Okay. Das gibt es doch nicht. Können wir eigentlich fast schon wieder aufgeben, ne? Aber eigentlich will ich das gar nicht. Ähm. Leck mich am Arsch. Ich brauche mich am Arsch. Ich brauche mich am Arsch. Ich brauche mich am Arsch. Okay, das müsste sich ein weiterer hoffentlich fixieren, ne? Ja. Doch, ne? Doch, jetzt. Ich brauche mich am Arsch. Ach, komm. Ich brauche mich am Arsch. Ach, komm. Mach. Ach, komm. Ach, komm. Okay. Okay. Die beiden noch. Und dann kommt wahrscheinlich eine neue Phase. Bogen des Dämonenkönigs. Bogen des Dämonenkönigs. Das war es noch nicht. Ach so. Wow, noch mehr? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, um, what? Joachim! Goh, 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 goHH! Fuck. Da müssen wir was essen... Das äh, glaube ich, brauchen wir. Oh, Alter. Shit. Das, oh kacke. Fuck. Okay. Oh, sch- ah, mit der, ah, fuck, Lanze. So, der, ah, mit der, ah, mit der. Untertitelung. BR 2018